Norddeutscher Rundfunk 2021 Simon Gosi Johann, Chefhandwerker. Ich werde einige Handwerksbetriebe besuchen, den Leuten dort über die Schulter schauen. Ich denke, da draußen sind einige Handwerker, die sich gerne ein Scheibchen von meinem Know-how und von meinem Geschick abschneiden möchten. Habe ich selber eingegipst? Ja, sehr professionell. Ja, 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 lass mich mal machen. Du willst mich aufessen? Ich bin ein Steak. Ja, so, genau. Außerdem kenne ich eigentlich so alle wichtigen Handwerkersprüche. Kaffeepause, Alter. Nach Fest kommt kaputt. Shake your booty. Wenn ich nicht mehr weiter kann, mache ich Plus an Minus ran. Tiger, Wildkatze, Sau. Das ist so mein Bester. Alles klar, sind wir fertig, ne? Au! Was schneiden? Was单 ist nämlich auf mich auf dem Telefon. Das ist so mein Bester. Was für mein Vorschlag. Was für mein Vorschlag. Das ist so mein Vorschlag. Ich habe meine Vorschläge.